Musik Wir sind stolz auf unsere extrem spannenden Berufe und ermöglichen unseren Lernenden eine optimale Ausbildung mit Perspektiven. Passion statt Standard. Herzlich willkommen in der Tom-Anwalt. Überbetriebliche Kursen sind Pflicht im Dualen Bildungssystem und runden die einmalige Schweizer Proofslehre ab. Unser Partner mit der Leidenschaft dazu ist die Schweizerisch-Technisch-Fachschule in Winterthur. Sie hat sich auf die Vertiefungskurse Rund- und Nutzfahrzeuge spezialisiert. An der SDFW verdienen die Lernenden und bustet in der Weiterbildung von einem praxisnahen Unterricht und einer topmodernen Infrastruktur. Für den Unterricht stellt uns die Renaultrux und andere Hersteller die Fahrzeuge der neuesten Generation zur Verfügung. So haben die Lernenden die Möglichkeit, das im Betrieb verlangte Wissen an weiteren Lastwägen zu ergänzen und zu beteiligen. Mit dem Vertiefungskurse hier in der SDFW hole ich mir den letzten Schliff und das nötige Rüstzeug für die Praxis. Ich habe den Weg gewählt, weil es absolut cool ist, in so einem Umfeld zu arbeiten. Unsere Passion ist es, den angehenden Spezialisten unserer Branche eine perfekte Basis zu bieten. Fachleute sind unsere Zukunft. Herzlich Willkommen in der Thomann-Welt.